Ich stehe hier am Denkmal des Weltjugendtags am Kölner Dom und für mich hat das eine ganze Menge zu tun mit der Domwallfahrt. Denn erstens ist die Domwallfahrt aus dem Weltjugendtag entstanden und zweitens schwimmt für mich immer die Erinnerung mit, wenn viele Menschen auf einmal zusammen sind und das, weil Jesus uns dazu aufgerufen hat, dann denke ich immer so, ich glaube, so hat sich Jesus das vorgestellt. Viele Menschen, friedlich, die alle an Gott denken und das, das machen wir beim Weltjugendtag und das machen wir jedes Jahr bei der Domwallfahrt. Und wenn ihr Lust habt, mit vielen Jugendlichen auch die Domwallfahrt zu machen, dann kommt am Samstagabend um 9 Uhr hier in den Dom, dann gibt es die Jugendvigil. Ein Tier. ein Tier. Eén.